...nächsten, wie euch vor! Komm! Bis gleich! Jetzt kommt er auf! Hey, komm! Das ist der Effektor! Über eine Oberfläche! Komm schon! Sehr gut! Können Sie da bleiben hochgehen? Über zwei Stufen! Über zwei Stufen gehen! Wohl hoch! Jetzt können wir starten! Kommen wir an! So wie in Texel! Genau! Schön ziehen! Ziehen! Gcos, ja, schön! Das ist der Schoß! Dreht! Was wird das denn runter? Kommen wir an! Kommen wir an! Komm schön! Na, kein Recher! So... ...kommt schön! Schön sauber abstellen und jetzt gibt es noch mal alles. Laufspurt, kein Tisspurt. Komm schon, lauter. Ja, schneller als der Jens, super. Und jetzt sind die Torne kotzt.